Hey Tennos, ich möchte euch jetzt hier einfach nur einen Überblick darüber geben, was ich dieses Jahr noch so vorhabe bzw. was euch die kommenden Wochen erwartet. Seit Update 18 und seitdem es die Drift-Mods gibt, kann man jetzt eigentlich davon ausgehen, dass wirklich jeder einzelne meiner Builds veraltet ist für die Warframes. Gerade mal als Beispiel, hier im Ash Prime kommt listige Drift rein, also das habe ich schon mal in meinen alten Builds nicht gehabt. In Wukong habe ich nur als reines Beispiel sogar drei Drift-Mods drin, also ich muss hier wirklich jeden einzelner meiner Guides neu machen. Die Sache ist jetzt, ich habe in den letzten zwei Tagen während dem doppelten Erfahrungswochenende über 50 Formas in meine Warframes reingehauen, um die alle für euch auf den aktuellsten Stand zu bringen. Und ihr könnt euch wirklich darauf freuen, das ist so, wie sagen wir, als ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Ich versuche auch nochmal ein Gewinnspiel zu machen, wirklich alle Warframes dieses Jahr noch durchzubringen und falls ich das nicht schaffen sollte, dann spätestens in den ersten ein, zwei Wochen des kommenden Jahres. Den einzigen Warframe, den ich für euch jetzt nicht vorbereiten konnte, war Atlas, weil Atlas ist einfach momentan scheiße. Sorry, um es mal so zu sagen, aber egal wie man ihn moddet, er wird nie richtig gut sein. Aber ich habe die Hoffnung mit den vier Augments, die bald kommen, ich weiß ja schon ungefähr, was die sein sollen, dass zumindest mal der Schrei ganz brauchbar wird und die Ulti, aber das ist alles noch zu vage. Selbiges gilt für Equinox, weil Equinox ist geil, aber auch da werde ich Probleme haben, einen Guide zu machen, weil das Ulti Augment wird so super geil sein und das 1er Augment, dass ich dann nochmal ein komplett neues Video über ihn machen muss. Als kleines Hintergrundwissen und als Vorwarnung für die kommenden Guides ist es, dass ihr wirklich den Zenuric Focus Tree braucht. Der Zenuric Tree ist einfach der beste, weil, ich kann es euch gerade mal zeigen, ich habe es noch nicht auf Marx und es gibt mir jetzt schon 3 Energie die Sekunde. Auf maximaler Stufe, nachdem wir das mal kurz aktiviert haben, wäre das 4 Energie die Sekunde und dadurch können wir uns wirklich 1 bis 2 Effizienz-Mods in jedem Warframe sparen. Außer jetzt halt eben in den Toggle-Frames, aber da braucht man dann glaube ich Naramon oder wie das heißt. Es geht jetzt einfach nur darum, dass in wirklich vielen Warframes dieser Zenuric Tree der beste ist und uns wirklich hilft. Als kleines Beispiel mal nehmen wir jetzt Chroma. Da, Moment, jetzt muss ich es erst finden. Chroma als absoluter Tank gespielt, hat eine Fähigkeitsdauer von 56 Sekunden und 56 Sekunden, das heißt in 56 Sekunden, ihr könnt euch ausrechnen, wie viel Energie wir dazu bekommen. Sagen wir, es wären jetzt 50 Sekunden, 4 Energie die Sekunde wären 200 Energie. 200 Energie, wo wir hier in der Zeit bekommen, wo das aktiv ist und diese beiden Fähigkeiten verbrauchen weniger. Das bedeutet, wir werden eigentlich dauerhafter an unserem Energie-Cap sein. Und Chroma ist einfach nur das beste Beispiel, das gilt für fast alle Warframes. Mit Volt kann ich meine, äh, regeneriert meine Energie schneller, als ich die Ulti-Spammen kann. Mit Ash bin ich meistens länger im Playstorm, als ich brauche, damit ich die Energie wieder zurückbekomme. Also, Zenuric ist eigentlich jetzt für die kommenden Builds essentiell, aber man könnte vielleicht darauf verzichten, aber ich würde euch empfehlen, levelt als erstes Zenuric hoch, einfach nur reduzierte Dauer und Energie regt die Sekunde. Danach könnt ihr euch auf alles andere spezialisieren, aber Zenuric ist einfach nur absolut geil, wenn man Warframes modden möchte. Ja, also Warframes sind jetzt mein Ziel für dieses Jahr, ersten Wochen für das neue Jahr. Ratespiel habe ich ja bereits erwähnt. Dann versuche ich hier noch meine Frame, äh, sorry, meine Wächter-Builds noch hochzuladen, weil die habe ich auch schon alle aktualisiert. Und, ja, ich denke, das dürfte eigentlich genug sein für die kommenden Wochen. Und im neuen Jahr möchte ich mich dann erstmal drauf fokussieren, dass ich dann meine Waffenguides, auch wenn sie nicht veraltet sein sollten, trotzdem nochmal neu zu machen, einfach damit ihr ja was Neues an der Hand habt. Wenn ihr irgendwelche Anregungen für mich habt, was ihr euch noch wünscht, postet es einfach drunter. Ich werde die Frame-Guides kreuz und quer machen, das heißt, ich werde es nicht mehr alphabetisch machen, weil rein als Beispiel, echt habe ich erst einen Guide gemacht, das heißt, ihr werdet bestimmt viel mehr euch dafür interessieren, dass ich jetzt zum Beispiel einen neuen Nova-Guide mache und, ja, ich hoffe, ich konnte euch hiermit eine Freude machen, beziehungsweise werde ich hiermit eine Freude machen und viel Spaß beim Schauen.